Hallo und Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Kingdom Hearts Final Mix. Wir reisen jetzt mal zum nächsten Welt und ballern uns erstmal hier alles durch. Also alles aus dem Weg. Ich denke mal, das wird gleich wieder alles umbauen. Ich habe es vorhin schon geschafft, aber da ist die Aufnahme kaputt gegangen, habe ich jetzt nicht schon einmal aufgeladen. Gut, jetzt ist es möglich. So, viele von euch kommen noch. Ich mache euch alle planen. Ich baume vielleicht sogar noch ein neues Schiff. Na ja, wie gesagt, die beste. Wenn wer weiß, was alles noch auf uns zukommt. Und ob es sich überhaupt lohnt. Was ist? Ein großes Schiff nähert sich uns. Ein ziemlich großes Schiff. Ja, ein Schiff. Das ist ein Piratenschiff. Der Donnanschiff kriegt nicht so her. Dafür musste ich quaken, aber... Wir wollen uns alle festhalten. Ah, jetzt wisst ihr auch, was die nächste Welt ist. Und diese Welt hat sie auch schon in sich, finde ich. Ich glaube nicht, dass du gekommen bist, Säura. Gut, dass du wiedersehen kannst. Also, wo sind Donald und Goofy? Sind sie so wichtig für dich? Mehr wichtig als die alten Freunde? Instead of worryinging über sie, du solltest sie über sie fragen. Kairi! Das stimmt. Während du mit Goofen ging, ich endlich findest sie. Nicht so schnell! Nicht so schnell! Keine Schiff auf meine Schiff, mein Mann! Riku! Warum hast du mit den Heartlessen? Die Heartlessen mir jetzt bewegen, Säura. Jetzt habe ich nichts zu schäuern. Du bist schäuert! Sooner oder später, sie werden dein Herz schäuert. Keine Chance. Mein Herz ist zu stark. Riku! Ich habe auch ein paar andere Schäuerts genommen. Wie dieses, zum Beispiel. Du kannst jetzt gehen, deine Freunde zu sehen. Lass uns schon in Ordnung. Und schaue Säura weg von Kairi, bis sie bereit sind. Das Scurvy-Brat denkt er kann mich aufhören. Was soll wir tun, Cap'n Hook? Nichts! Der Holt ist schäuert mit Heartlessen. Lass sie sich aufhören. Aber Cap'n, du weißt auch, der ist auch da... Shhh! Du hörst das, Smee? Oh, das Dreadful sound? Nein, Cap'n. Du bist sicher? Ich dachte es? Oh, meine Schäuerts! Du bist sicher. Du bist sicher. Ja, das war definitiv, Kairi. Ich habe endlich gefunden. All right! Dann, wir gehen und reden. Ja! Dann, wir gehen. Okay, aber schnell. Wie geht's das? Oh, haha, sorry. Wie geht's das? 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 Okay, dann. Okay, dann. Fine. Have it your way. But you're stuck in here, too, aren't you? Ha! Nope. I'm just waiting for someone. Who? Tinkerbell, what took you so long? Great job! So, you found Wendy? Hold on. There was another girl there, too? Are you crazy? There's no way I'm gonna leave Wendy there. Aha! She must be pretty jealous. Ha! Ow! Come on, Tink. Open up the door. Hm. 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 I'm Peter Pan. I'm Sora. Okay. We're in this together, but only until we find Wendy. Okay. Habe ich doch gleich mal Peter Pan und tu Goofy raus. Also, ich brauche einen Magier. Ich brauche einen Magier. Goofy ist ja mehr so Verteidiger und Angreifer. Ich finde es aber besser, wenn man wirklich seinen halt dritten Anhängsel auch irgendwie neue Waffen geben könnte oder so. Aber naja, man sieht ihn ja nur halt diese Welt. Das, ähm. Okay, dann rüste ich uns mal aus. Mit... Der Kukur Bieter. Da verlieren wir zwar ein MP, aber pfff. Scheißig drauf. Wow, der Folger Ring, der hat's in sich. Hm. Der Dunkel Ring auch. Kämpferkette. Hm. Ich will die Abwehr gut. Gut, ähm. Haben, also besser haben. So, Folger ist gut. Denke ich mal. Kriegen wir auch weniger Feuerschaden. Ob das hier so hilfreich ist, weiß ich jetzt nicht. Aber Hauptsache die Verteidigung ist stärker. Das erhöht ja die Verteidigung. Und ich hoffe nicht, dass das, ähm, ein Zeichen dafür war, so hoch ist die Verteidigung, wenn jemand mit Feuer angreift. Das wäre dumm. So, jetzt haben wir da einen kleinen Peter Pan an unserer Seite für diese Mission. So, jetzt haben wir das. So. 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 Leondes. So. So. hormones. Und jetzt Does Hand win morgen? Schley ist das schluss. So. Ziemlich schwach war in der Verteidigung. Okay. Die gelbe Tür kann ich noch nicht betreten. Aber die Tür. So, und der ist weg. Was jetzt? Oh, ist er abgeschluckt oder was? Oh, das war's. Oh, wasser ist er? Kommt, ja, ja, genau. Kommt! Ich werde auf jeden Fall sehr kommentieren, oder? Und noch mehr Gegner. Da merkt man immer, dass man hier richtig ist. Aber bei solchen Spielen ist es halt so, dass die Gegner irgendwann nie da kommen. Also, die Gegner sind immer wieder da. Also, die Gegner sind immer wieder da. Das macht dich nicht unbeliebt. Na? Gut. Wir ledigen sich hier schon fast wie von selbst. Ich hoffe, hier ist es richtig. Ja. So, warum kannst du fliegen? Niemand kann fliegen. Willst du versuchen? All right? Aw. Haven't you cooled up yet, Tink? Just a little bit of pixie dust. There. Now you can fly. What? So, Wendy's not one of the chosen ones? There are seven, supposedly. And Maleficent says, she's not one of them. Poise thank her as soon as possible. Leave all the dead weight behind, including her. After the trouble of capturing her? And why those seven? What is Maleficent planning anyway? Who knows? As long as it means getting Kyrie's heart back. I couldn't care less. You're wasting your time. The Heartless have devoured that girl's heart. I'll stake the other hand it's lost forever. I will find it, no matter what. Uh, Captain? What? The prisoners have escaped. What's more, Peter Pan is with them. Blast that Peter Pan. All right then. Bring the hostage to me cabin, Smee. Hop to it! What is it, Tink? Peter? Peter Pan? Wendy! Please, hurry! The pirates are coming! What? I'll be right up there. Just hold on! Wendy? Yes? Is there... Another girl in there with you? Oh, why, yes. But she seems to be asleep. She hasn't fudged an inch. Kyrie? Kyrie! Wendy! Wendy! Hey, let's get up there! Okay... Ah! ... Hey! What... what's your trick? What's your trick? Why! Why... It's okay.. Sollte man noch nicht fliegen. Das ist ein Schattenmärz. Ich denke mal an, dass du das hier jetzt für Spiegelung hast. Ich glaube, das heißt Spiel. Wo bin ich da? Ich mache euch alle kalt. Kein Problem. Kein Problem. Ich mache euch alle kalt. Na, wie komme ich da jetzt rein? Kein Problem. 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 Noch? Fliegen kann ich nicht... Das ist scheiße. Woher komme ich da hoch? Das Ding ist zu! Einer dieser Eingänge ist richtig. Hier komme ich näher hinzu. Wenn ich fliegen könnte, würde ich da hochkommen. Das muss aber hier sein. Vielleicht da unten. Muss ich mal gucken. Ich bin da unten. Auf jeden Fall ist der Typ wieder da gewesen. Das heißt ja eigentlich nicht schlecht. In dieser Welt bin ich gerne. Ja Marco, hier... Ich weiß nicht. Das geht doch hier aber richtig stark. Die nächste Welt muss ich mit dem Lüge umsetzen. Oder keine Ahnung. Nein. Hä, hä, hä. Anfragen. Was ist das denn wirklich? Ich kann das nicht mehr leben. Ich bin hier auf die M-A-Ding. So, ich glaube, hier muss ich jetzt hoch. Nee, bringt nix. Bringt mir alles nix. Da ist ja noch ne Tür zum Speichern. Puh, Konzentration angesagt. Kingdom Hearts ist eigentlich immer ein kurzes Spiel, wenn man sich intelligent anstellt. Wo ist man jetzt dann ne Tür gewesen? Die ich für's jetzt noch nicht gesehen habe? Äh. Ja, aber ich kann nicht fliegen. Ihr gebt mir Feenstaub und ich kann nicht fliegen. Was soll der Scheiß? Ich hab doch nur diese Räume zur Auswahl. Diesen Raum? Wo nix drin ist? Oder ist da unten etwas, was ich übersehen hab? Weil ja hier wieder Gegner kamen. Nee. Okay. Muss ich wieder hier rein? Ähm. Wo natürlich wieder meine Lieblingssteine auf mich erwarten. Die sind auch leicht zu erledigen. Ich verstehe, wie gut er braun kommt. Äh. Kommt er wieder hier rauf? Äh. Äh. Kommt er wieder hier rauf? Äh. Boah, du stehst mir im Weg. Weißt du das? Hier ist aber auch kein Loch. Ich weiß, dass es ein Gitter gibt. Und Loch ist. Hier gibt's aber nur diesen einen Raum da. Noch. Nee, nee. Ich frag mich, wo wo ich hin muss. Dieser.. Weg führt hier hin.. Da ist ein Loch. So, jetzt hab ich's. Ist das das richtige Zimmer? Ist das auf jeden Fall das richtige Speicherzimmer? So, jetzt habe ich unnötig gelevelt, könnte man sagen. Aber das tut auch mal gut. Vielleicht hier drin? Äh, kann man diese nicht betreten, okay. Wendy, bist du da drin? Scheint nicht der Fall zu sein. Wie kommen wir da jetzt rein? In dem Haus hier, oder was? Nein, nein, nein. Also, das sind zwei Räume mit zwei Gittern. So, jetzt sind die Gegner gestoppt, das ist gut. Ich bin die Wäsche, jetzt sind sie gleich alle tot. Schnell, erledigt. Ich komme da nicht rein. Da rein kommen wir auch nicht. Ich komme da nicht durch. Vielen Dank.